Ja hallo hier zu unserem ersten Let's Show von Mr. Geschmeidig und ich zeige euch jetzt mal hier unser Haus. Also hier geht es rein. Dann kommen wir hier auch gleich in Erdgeschoss oder in Keller. Da finden wir ein Einbettzimmer mit Totalausstattung. Daran wird aber noch gearbeitet. Dann gehen wir hier schnell hoch. Ja das Haus hat auch noch einen Garten. Hier schön Weizen und hier ein toller Gravellweg. Und wir werden auch mehrere Let's Shows machen. Also das war nicht das erste und letzte, sondern das erste von vielen. Ja so sieht das Ganze dann aus. Hier hinten wird gerade noch gearbeitet. Und bitte, also wenn euch das Video gefallen hat, dann liket doch einfach mal. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann bitte abonnieren. Dankeschön. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen. Wir sehen.